Liebe JUler, liebe Freundinnen und Freunde, ich grüße euch ganz herzlich zum ersten Weihnachtstag hier aus Brilon. Ich bin 1986 in die Jungen Union eingetreten und habe schnell gemerkt, dass die JU der richtige Ort für den politischen Diskurs ist und dass man innerhalb der Jungen Union Ziele durchsetzen kann und viele Projekte verwirklichen kann. Im letzten Jahr war mir sehr wichtig, dass wir nicht nur das Thema Migration auf der Tagesordnung hatten, sondern dass wir uns intensiv auch mit vielen Fragen in der Bundespolitik beschäftigt haben, die dazu geführt haben, dass Deutschland so gut wie nie international dasteht. Für das kommende Jahr 2019 wünsche ich uns, dass unsere Gesellschaft nicht verlernt, miteinander zu diskutieren, dass unterschiedliche Positionen nicht getrennt nebeneinander stehen, sondern im politischen Diskurs zusammengefügt werden. Deutschland hat wahnsinniges Potenzial. Unser Hochsauerlandkreis steht so gut da wie noch nie und es muss auch so bleiben. Deswegen ist es wichtig, dass die CDU eine starke Kraft in Deutschland bleibt, dass CDU und CSU eine starke Bundestagsfraktion in Berlin sind und dass die Junge Union wieder viele Impulse gibt und dies auch bis nach Berlin durchdringt. Ich wünsche allen einen ersten Weihnachtstag, der gesegnet ist und einen guten Rutsch ins Jahr 2019. Euer Patrick Sensburg Ich wünsche euch noch ein paar Tage, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.